Da sind wir, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, kleinen Let's-Play-Session mit mir und einem Spiel, was gar nicht da ist. There is no game, sagt mir das Spiel. Doch ich hab's ja gestartet und bezahlt, da will ich jetzt auch was für kriegen. Und wir spielen's jetzt an dieser Stelle weiter, mit der, ich glaube, dem dritten Teil dazu. Viel Spaß. Es ist ein Spiel, was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Ich hab's nicht nur zu einem meiner Top-Spiele des Jahres gekürt, bei der großen Game-Two-Top-10, zusammen mit Larry 2 und Cyberpunk. Ja, und ich, ähm, ich kann nichts anders sagen, als dass dieses Spiel mich total fasziniert und irgendwie mir sehr gefallen hat und mich einfach total begeistert hat. Und ich wollte dieses Spiel unbedingt weiterspielen. Ich hab auch allen Leuten, die ich kenne, erzählt, Spiel, 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 Spiel. Die eine Person, die nicht entkommen konnte und mir zuhören musste, war meine Freundin. Und dann hat die damit angefangen. Und hat's auch komplett, ich glaub, sie hat's durchgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ist sie am allerletzten, ähm, im allerletzten Level oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls hab ich mich davon ferngehalten, weil ich ja jetzt hier es mit euch spielen wollte. Jetzt hab ich den kommenden Teil aber dann doch schon so ein bisschen gesehen. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich das auch nicht mag, wenn man dann so tut, als hätte man, oh, das ist aber, mh, das Rätsel ist aber schwer. Aber ich bin ja so klug. Ich mach mal das und das. Oh, es funktioniert. Das ist ja Quatsch, ne? Insofern werd ich euch jetzt hier, ähm, den vierten Teil zeigen. Free to Pay. Nee, war's das? Der dritte. Stimmt, wir haben nur die ersten beiden gespielt. Und, ähm, also das hab ich gar nicht gesehen. Die anderen auch noch nicht. Aber das hier hab ich ein bisschen mitgespielt. Deswegen werden wir jetzt zusammen uns da noch mal durchstochern. Es ist ein sehr geiles Spiel. Viel Spaß mit diesem dritten Level, sag ich mal. Das scheint noch zu gehen, ne? Und, ähm, start button. Aber du hast ihn, ähm, interact mit der Interface von diesem Spiel? Ähm, das wird wahrscheinlich helfen uns. This looks a lot like an RPG. Oh, it's exactly the kind of game I was destined to become before I was a pendant. Let's start by waking up this character. That's what you always do in these games. Hero, wake up. Wake up. Wake up. Ah, he's a soundsnipper. If I yell any louder, I might saturate my voice. Ja, das ist ja irgendwie logisch noch. Das kennt man aus den Vorgängerfolgen. Und zwar, dass man auf Dinge klicken kann, um sie zu lösen. Oh, but we've got to read. He is not even versed. Yes, yes, it's us. It's me. I'm not feeling well. Dimension door? User, that must be our way out. Yes, hero, that's it. Let's go rescue her. I say we go straight to the Dimensional Temple. We will figure it out when we get there. Okay? What is it? Then go find the key. It must be a run here somewhere. Haben wir natürlich schon gesehen. Hier, ne? Hier schaukelt das. Are all video game characters stupid, then? Why are you looking at me? Where could you put the key to the door? Okay. Are you the one, who's making everyone talk to you? Irgendwas ist hier drauf, oder? Ja, halt echt. Was hast du getan? Opas alte Truhe. Ich weiß nicht, ob du Opas alte Truhe wirklich aufmachen willst. Da sind vielleicht auch Opas alte Heftchen drin. Oh mein Gott. Das war nur der alte Hammer. Also ich liebe einfach, ich liebe diese Figur des Spiele-Offsprechers. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. So, mit dem Hammer kann ich jetzt natürlich die, die entsprechenden Items manipulieren. Die Hammer, du dich? Ah, ich respekt, dass die Trinkst des Spreit, es hängt. Oh, ich dachte, ich sah den Kuss hinter dem Dresser. Anything else würde passieren? Habe ich ihn kurz hüpfen lassen? Ich lass die Puppen hüpfen im Club. Und das ist ein typischer Quarantäne-Club in der Corona-Zeit. Maximal eine Person und ein Schlüssel. Wie, wie, der geht raus. Das ist aber jetzt nicht okay. Der passt gar nicht. Ah, okay. BELIEVABLE! Da ist ein Kee. A DOR. Perfect! Wir können endlich mit dem Spiel. Der Quest, ich meine. Das Schwert des Lebens könnte es tun. Die Dorfbewohner sagen, das befindet sich auf der magischen Lichtung im Westen. A sort of life? Yeah, that sounds like a good idea. Careful! Tu mir kurz ein Taschentuch. Ich habe ja gerade meinen Held verloren. Ach nein, doch nicht. Der startet einfach wieder von vorne. Okay. Ja, und jetzt, ne? Na, ja, was auch sonst? What? The hole! There's one hole in the path and you fall right in. They should have called this game Legend of the Lemmings. Hm. Jetzt will ich mal gucken, ne? Was man hier machen kann. Ich dachte beim ersten Mal, dass man ihn laufend sozusagen, ne? Über dieses Loch. Don't go falling in that hole again. Just don't move until we find a solution, okay? Alright. We're gonna have to cover that hole. But with what? Also, wie ihr schon gerade jetzt auch gemerkt habt, das geht nicht so einfach mit dem Springen. Das war mein erster Gedanke, aber er bleibt stehen beim Springen. Ähm, und dann hat man hier, und das ist geil, seine ganzen Items. Und ich zeig jetzt schon mal, was man alles machen kann mit den Items. Und man kann die natürlich auch manipulieren. Kann die halt in dem Fall kleiner machen. Das bringt jetzt hier noch nicht so viel. Aber achtet mal drauf, wenn ich jetzt das mache. Ne? Jetzt checkt ihr schon so langsam, wie die kommenden Rätsel wahrscheinlich funktionieren werden. So, jetzt wird schon ein bisschen kniffliger. Das Schwert ist auf der anderen Seite dieses Sees. Die Dorfbewohner sagen, dass es auf dem Grund, dass Sees einen versunkenen Palast gibt. Aber da ich nicht schwimmen kann, werde ich das nie untersuchen können. Oh, ich dachte, ja, wäre es nicht besser, wenn ich unter Wasser atmen könnte? Oh, I'm sure he doesn't have any tell points. Ach, ich habe ja noch den Hammer. Okay, das kann aber nicht so gedacht sein, dass der da auf die Kleinen draufkommt. So, je nachdem, wo ich das Ding... Aha. Vielleicht, wenn ich jetzt... Ne. Ich dachte, dass die... Ah, dass sie da drauf... Sieht aus wie die Königlichen tun. Direkt, direkt die Kiste von unten aus dem Tempel rausgeholt. Das Monokel! Es sieht auch zerbrochen aus. Wie schade. Ich hoffe, mit dem Schwert des Lebens ist alles in Ordnung. Wehring a Monokel under water? Ridiculous. Anyway, now we've got another... Ah, the Monokel on Naja's, the Sprite and the Hammer shrinks them. Very interesting. These two tools are going to be very useful as we move through this world. And of course, you will be able to create chaos. As usual. Very interesting. Oh. Eigentlich wollte ich... Aber das ist auch okay. Um ehrlich zu sein, war das... Ich wollte euch... Natürlich hab ich das geplant. So, ich wollte das ausprobieren. Dann kann er nämlich drauflaufen. Now we're making progress. Careful not to move too much, hero. You might fall in. Er muss ja hier hoch. Und ich will wissen, wer... Äh... Und dann nach da. Jaja, aber... Genau da. Ich glaub, wenn ich... Probier's mal so. Einmal ganz nach da. Und dann... Könnte das... Gleich passen. Und jetzt einen nach da, oder? Yeah! Dann vergrößern. Nee? Ah, okay. Will ja nix sagen, Chat. Aber ihr müsst jetzt auch nicht fünf Minuten darüber diskutieren, dass ich mir die Nase geputzt hab. So spannend ist es nicht. Und hier passieren viele lustige, tolle Sachen. Weshalb ihr ja eigentlich hergekommen seid. Ihr seid ja nicht hergekommen, um zu diskutieren, ob ich mir die Nase putzen darf oder nicht. Antwort, ich darf. Ah, come on! Try harder! There must be some muscle underneath the pixels. Ach so, ich kann ihn ja... Ich dachte schon, irgendwann schafft das schon. Aber ich kann ihn ja größer machen, oder? Dann mach ich das schnell kleiner. Oh! Nee, so geht's nicht. Ah! Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zum richtigen Timing machen muss. Nee, das kann's nicht sein. Er macht immer ihn klein. Ich hab's kaputt gemacht. Er hat sich nicht so gut gemacht. Äh, wahrscheinlich. Aber es bedeutet auch, dass das nicht das Schwert des Lebens ist. Ich werde nie in der Lage sein, die Prinzessin aus den Fängen des Dark Lords zu befreien. Alles wegen ein paar Büschen. If this sword isn't the sword of life, where could it be? Gaia, hilf mir. Ich flehe ewig an. Spende mir Trost, Kraft, Tapferkeit. Oder eine Heckenschere. Dazu kommen wir gleich. Und ich sag's euch, das erste Mal, als ich das... Das erste Mal, als ich das gesehen hab, ich hab, wie gesagt, so halb drüber geguckt, als meine Freundin es gespielt hat. Und ich wollt mich nicht spoilern. Aber ab und zu hab ich dann doch schon was gesehen. Und das hier hat mich die ganze Zeit irritiert. Weil ich dachte, das ist doch eindeutig eine fucking Schraube. Und das hier ist doch eindeutig ein riesiges Schwert. Also, was kann ich damit machen? Und dann, jetzt gerade, kam es mir. Zack, bumm. Und dann so, ne? Das ist doch geil. Weil man wirklich, man sieht's schon vorher und kommt dann lange nicht auf die Lösung und hat's immer wieder versucht wahrscheinlich, bis man's dann endlich, bis man das Schwert endlich hat. Ja. Ist es natürlich. Natürlich. Ich hab schon so viel weggeschraubt. Natürlich ist es das. Sword of Life, Alter. Ähm, das werden wir ihm gleich geben. Und dann wird die Hecke verrecken. Und wir gucken uns jetzt noch kurz einen Spot an. Ich weiß nicht, was das für ein Spot ist. Ich bin sicher, er wird cool. Und wer da mitmacht bei dem Spot, der wird danach noch viel besser wahrgenommen als vorher. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Sibon am Samstag. Oder es ist Samstag. I know, sehr geil, ich weiß, ich erwarte auch jede Sekunde die Oscar-Nominierung für den großen Nudel, der große Nudel-Oscar wird vergeben. Und ich habe gute Hoffnung, dass das was wird dieses Mal. Da sagen die, Mensch, der ist aber lustig. Das wird ja richtig lustig da am Ende, wo der Simon dann, wo der Spot endet. Da ist es wirklich, ab da fängt es an. Ja, muss ich jetzt wirklich kurz an der Stelle mal sagen, auch wenn mir ganz viele Leute ja immer unterstellen, dass ich nur Werbung mache, stimmt ja auch in dem Fall. In diesem Fall war das natürlich Werbung für Rocket Beans, denn das ist mein Laden, hier mache ich alles. Und die waren überraschend gut. Die waren gar nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Weil das sind keine Mikrowellen-Nudeln in dem Sinne, dass man da irgendeine Pampe mit Chemie und so hochbrät, sondern da ist mega viel Flüssigkeit dabei, die man in diese, also die fertigen, getrockneten Nudeln quasi drüberlaufen lässt. Hat man ja gesehen. Und in der Mikrowelle wird das einfach gekocht. Also es wird in der Suppe gekocht. Muss ich sagen, hat sehr gut geschmeckt. Das gab es damals nicht, als ich noch Mikrowellen-Gerichte gegessen habe. Ich habe zu Hause gar keine Mikrowelle. Insofern sind die Zeiten auch vorbei. Aber ich kann es euch sehr empfehlen. Wie gesagt, war nicht schlecht. Rana ist gute Qualität, sagt doch jemand. Also ich fand es wirklich nicht schlecht. Ist mir auch egal, ob man mir da einen Nudelstrick draus drehen will. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ich gebe dir das Schwert, mein Freund. Schwert ist nie verkehrt. Danke für dieses, äh, für diese, äh, 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 was ist los? Es ist, äh, die legendarische Sword of Life. Wirklich, es sieht aus als Stamm. Er ist aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Stimmt, es sieht aus wie ein Lichtschwert, ne? Ich werde es versuchen. Es funktioniert. Lass uns diese dämonischen Büsche stutzen, die uns den Weg versperren. Oh. Ich habe es tatsächlich absichtlich getan, um Zeit zu sparen. Nicht schlecht, was? Naja. Naja. Der Weg zum Dimensionstempel ist endlich frei. Das ist einer der Wächter des berüchtigten Dark Lords. Niemand kommt hier vorbei, Winzling. Mein Meister muss die Prophezeiung erfüllen. Haha, how original. Alright, let's see what this interfer- this sword does. Jetzt geht's los. Aha. Schlägst du mich etwa? Haha, ja. Und jetzt zeige ich euch mal was, was ich zumindest, als ich es gesehen habe, direkt die ganze Zeit dachte. Und zwar? Äh, kann man mit dem Monokel ja Sachen größer machen. Und dann erscheint hier diese, ne? Und dann kann man das auch noch irgendwie hier so. Und ich dachte irgendwie, ja, du musst den da wahrscheinlich in diese Todes-, in diesen Todesstrahl reinlocken, ne? Ähm. Jetzt kann ich schon so viel spoilern, so funktioniert's nicht. Es funktioniert ganz anders. Und das ist mega interessant. Weil wenn ihr euch jetzt hier mal das anguckt, diese Interfaces, ist eins nicht so wie die anderen, ne? Und in dem Fall ist hier das ein bisschen interessant. Das will ich vielleicht hier mal manipulieren. Also nehm ich, mach ich ihn größer. Sieh dich doch nur an, du bist so klein wie ein Käfer. Ich werd dich zertreten. Na, in erster Linie wirst du mir hier die heilige Feder gleich besorgen. Das wird nämlich ein heiliger Fehler von dir, mir diese Feder zu bringen. Und dann hab ich eben gedacht, ich muss hier mit der Sonne. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil man sieht, es manipuliert ihn in keinster Sorge. Keinster, also es manipuliert ihn nicht, ne? Ähm. Und um ehrlich zu sein, ich hab ja wie gesagt nicht alles jetzt schon gespielt, sondern hier ab und zu mal über das linke Auge rüber geguckt. Und ich muss jetzt eben ausprobieren. Na, ihn, oh ne, ihn klein ist vielleicht keine so gute Idee. Aber ich kann ihn doch auch groß machen und ihn klein, oder? Kann ich ihn vielleicht... Und die, äh, krieg ich hier natürlich jetzt auch nicht, das Blatt. Ich kann mal versuchen, das Blatt größer zu machen. Das geht wahrscheinlich... Ne, geht auch nicht. Doch, das geht. Okay, und kann ich das dann treiben lassen irgendwie? Ne, egal welche Seite, da passiert nix. Mit ihm kann ich auch nicht viel machen. Die Feder. Keine Ahnung, was die Feder bringen könnte. Keine Ahnung, was ist das? Ah, okay, 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 okay. Also wir machen das den groß, lassen ihn niesen. Oh. Okay, es hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ah. Was kann ich mit dem Niesen machen? Okay, ich mach ihn groß, ihn klein. Und dann machen wir das Niesen. Ah, nein. Nein. Das wollte ich auch nicht. Okay, 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 ich glaube, jetzt raff ich's. Jetzt hab ich's. Also, ich lass... Ich mach ihn groß. Und lass ihn dann niesen. Jetzt machen wir die... Das Ding ins Groß. Und jetzt, äh, machen wir es wieder klein, ne? Oder ihn fett. Was? Was für eine Zauberei soll das denn sein? Das ist ein Rosenblatt, wir zinken. Ich kann nicht schwimmen. Ja, ich weiß, du hast eine große, schwere, fette Rüstung an. Aber wieso geht das dann nicht? Vielleicht... Das passiert. Denjenigen, die es wagen, mit dem Helden... Sich dem Helden mit dem legendären Schwert entgegenzuzeigen. Das ist doch alles nicht so schwer. Komm. Groß machen. Rüberlaufen. Oh Mann, und hier weiß ich, dass es eine sehr knifflige Geschichte ist, das Timing hier hinzukriegen. Die zwölf heiligen Federn. Und die 50 Fragmente der Maul halten. Sehr gut. Die Feder ist jetzt übrigens weg. Das müssen wir uns merken. Oh nein. Okay. Eine große Bombe, die will keiner. Aber ihr seht schon, er schafft es nicht dahin. Ich habe kaum etwas gespürt. Ich werde immer stärker. Nein, die Bombe ist aber nur klein. Wenn ich die Bombe groß mache, klein mache und ihn groß. Oh nein, das geht nicht. Okay, ich muss ihn wahrscheinlich ein andermal groß machen. Vorher vielleicht schon. Jetzt kann sie ihm wenigstens nichts tun. Aber ihr seht schon, die Zeit... Die Zeit reicht nicht. Ich glaube, er muss hier dran vorbei. Oh. Ja. Geht nicht, weil er groß ist, ne? Und jetzt hat es sogar ein bisschen Geld... Äh, ein bisschen Geld, ein bisschen Energie abgezogen. Oh, we will have to be careful. Ha, okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Erst mal... Einmal mache ich die Bombe klein, dass die nichts tut. Kann er denn bei einem Fass auch schon durch? Oder nur bei zweien? Nur bei zweien, okay. Und dann... Ah! Ja! Gerade so, gerade so noch geklappt. Prinzessin! No princess inside. No dimensional vortex either. We're gonna have to work our way through this temple. Ich würde ja gerne, aber die Türen ist verriegelt. I'm guessing, these switches aren't just for decoration. Schalter? Oh ja! Dieser Schalter muss wohl die Tür öffnen. Na, mach das mal. Es passiert nichts. Komisch. Wir müssen vielleicht eine Weile warten, bis es losgeht. I'm sure it's a good idea to stay here. How about we leave this dungeon slowly? Very slowly. Komm schon, Gaia, wir müssen eine noble Quest abschließen. Ich bin sicher, dass sie irgendwann aufgeht. Ähm, was ich natürlich direkt sehe, ist hier dieser zweite Button. Mit meinem Wissen aus Zelda weiß ich natürlich auch, dass der Chat furchtbar gemein ist. Nein. Eine andere Sache, die ich während meiner Zelda-Sessions gelernt habe, ist natürlich, dass man immer mehrere Schalter braucht. Jetzt kriege ich aber nichts hier hin, oder? Also ich kann die Schlangen zwar groß machen, aber, oder klein auch für das hier so, aber nichts, nichts davon geht in Richtung Schalter. Stop it, User. You're making things worse. Look at all those snakes. It's not funny. Especially not for him. Stopp! There are even more reptiles than in the Lost Ark. Na, komm, einmal noch. Es ist so still. Endlich. Äh. Hm. Aha. Sie hat die richtige Größe? Okay, ich glaub, er hat die richtige Größe noch nicht. Oh, falsch. Oh. Und das dann... Doch, genau. Und du wirst vergrößert und dann einmal fallen lassen. Ich hab die Tür geöffnet. Es hat nur ein wenig Geduld erfordert. Hm, ja, da war noch ein Schalter. Wahrscheinlich eine Falle. Wir kommen der Prinzessin näher. Ich rieche ein betörendes Parfüm. Dieser Raum ist dunkel. Ich, äh, ich hab Angst im Dunkeln. Oh, komm mal. Ein großer Typ wie du. Außerdem ist es nicht komplett dark. Du kannst ein bisschen sehen. Es ist ein locktes Bus-Tür. Ein Schraub. Ein Pause-Button. Oh, oh. Oh, no, das ist mein. All right. Hold still. I will light the way for you. User, can you light the way for him? Was heißt denn der Pause-Button? Okay, ich dachte... Also, ich weiß natürlich, dass der Pause macht. Wenn er den so explizit erwähnt, denkt man natürlich direkt, da wäre was vielleicht auch wichtig noch. So, gucken wir mal. Ich hab diesen Lily-Pad. Okay. Das lässt sich auch bewegen. Ja, genau. Haha. Jetzt ist nämlich der Punkt, jetzt ist nämlich der Moment gekommen für diese Geschichte mit der Sonne. Ähm. Denn, wie gesagt, dieser Strahl, ja. Und dann kann ich das nämlich so machen, oder? Aber ich soll das drüber halten. Okay. Und das Ding wieder nach... Ja. Ja, das jetzt wieder nach rechts. Ah. Oder? Okay. Danke, Gaia. Oh, very clever, User. Das kennt man aus vielen anderen Spielen. So, diese Art von Rätsel. Das könnte sogar schon direkt aus einem... Zelda-Spiel auch stammen. So, diese Art von Rätselstruktur. Und ja, es hat was von Stanley Parable, was mir auch sehr gefällt. Stanley Parable, Beginner's Guide und dieses Spiel hier sind drei meiner absoluten Top-Favorite-Spiele. Something happened in the other room. Ich weiß noch, das fand ich lustig. Wir haben damals Stanley Parable für Game1.de, war's, glaub ich, noch gespielt, mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Figuren, alle von uns jetzt aus unserem Team, die das gespielt haben. Und ich weiß noch, dass Leute ernsthaft gesagt haben, der Simon, der kann nicht mal Stanley Parable spielen, und ich dachte mir, Alter, es ist ein Spiel, wo sie dir sagen, geh links oder nach rechts. Und offensichtlich war dann rechts oder links nicht gut genug. Das fand ich sehr interessant. Das ist eine sehr, äh, fand ich damals schon eine sehr interessante Feststellung, dass selbst Spiele, die gemacht sind, dass man sie auf keine bestimmte Art spielt, auf eine bestimmte Art gespielt werden müssen. Ähm, das fand ich schon sehr lustig. So, jetzt gehen wir da mal rein. Äh, shit, was mach ich jetzt? Da ist ja gar nichts passiert links. Ja, was ist denn dieses Mondding? Muss ich ihn größer machen oder kleiner? Ach, vielleicht habe ich im anderen Raum was gelöst damit, ausgelöst, ne? Weiß man ja nicht. Looks like a Switch Puzzle. They're so overrated. Ich liebe Schalter! What enthusiasm! Okay, während hier mein Link-Verschnitt einmal quer quasi, äh, über die Schalter läuft, probiere ich jetzt erstmal alles aus. Oh, das ist doch schon mal interessant. Äh, weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, diese Kacheln funktionieren nicht. Also... Welche Kombination? Er checkt es nicht. Ähm, und ja, ich wollte mal gucken, was hier so ist. Man sieht, die Säulen sind immer zerstört. Eins, zwei, null und drei. Ich, ich denke dann auch, ja, das muss doch eigentlich was bedeuten, ne? Also die... Und hier sind auch Symbole, okay. Das ist wahrscheinlich dann natürlich in Verbindung mit den Dingern hier. Okay, Alien, Auge und AJ. Und dann heißt wahrscheinlich, die zerstörten... Ja, ich denke, das ist es. Ähm, die zerstörten Runen, ne, nicht Runen, Säulen, deuten dann darauf hin, welche Position das Ganze hat. Oh, also E, A, zum Beispiel jetzt. AJ und Auge. Ähm, das erste wäre doch dann... Ja, die Frage, ne? Wo fängt man an? Fängt man hier mit voll an oder mit wenig? Ähm, also voll, eins, zwei, drei, oder? So wäre doch eigentlich richtig. Voll, eins, zwei, drei. Probieren wir mal. Ähm, probieren wir erst mal genau. Und dazu erst mal das Feuer. Was ist? A. Also A wäre dann unten. Also unten und Auge ist dann da. Also unten rechts. Unten rechts. AJ... Ne, das kann ja nicht sein, ne? Das wäre genau das, was er schon unten rechts. AJ und E ist ja genau das, was er hier schon läuft. Dann würde das ja eigentlich passieren. Ups, ne. So war mir das. Also unten rechts, oben links ergibt ja wirklich keinen Sinn, ne? Das wäre Quatsch. Äh, so. Noch mal kurz gucken. Könnte es natürlich auch anders, ne? Könnte man von der ersten Säule bis zu den Vieren. Dann wäre es links. Ja, das wäre einfach nur andersrum. Links, oben, rechts, unten. Könnte ich mir irgendwie schwer vorstellen. Okay, ich probiere einmal kurz die Geschichte von unten. Ne. Nein, das wollte ich so nicht. Naja, das ist eh falsch, ne? Shit. Jetzt muss ich noch einmal... Das ist falsch, aber ich muss noch einmal folgen. Ja. So, wir fangen mal unten an. Das kann aber nicht sein. Ich will es nur einmal abhaken. Ne. Nein, ich habe das schon in Logik benutzt. Ja, 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 ja. Okay, noch mal kurz gucken. Die Rune, ne? Inwiefern helfen denn jetzt diese zerstörten Säulen bei der Einordnung? Vielleicht auch die Position im Raum? Was ja, es ist diagonal und hier ist es halt vertikal und horizontal. Weiß nicht genau, wie man die anordnen kann, ne? Na, mal kurz gucken. Was sagt denn der Chat? Eins heile, zwei heile, drei heile, vier heile Säulen. Also von eins, zwei, drei bis vier heilen. Ja, das ist ja eins, zwei, drei und vier. Ja. So habe ich das tatsächlich auch schon überlegt, aber... Okay. Also, das ist dann... Okay, dann machen wir das so. Fangen wir an mit dem E. Oh, shit. Ach, komm, Junge. Okay, jetzt. Jawohl. So, dann die zweite ist hier unten rechts mit AJ und AJ war hier oben. Die dritte Säule ist hier oben rechts und da steht das Auge und das Auge war, glaube ich... Bin mir nicht ganz sicher. Ja, oben. Dann bleibt ja eh nur noch einer übrig und der müsste es dann ehrlich sein, oder? So war das. Dank meiner Spezialtechnik des rotierenden Beharrens. Das ist ein großer, glänzender Schlüssel. Oh nein, nicht der dunkle Raum. Ah, der hat seinen eigenen Lichtstrahl, ne? Dieser Schlüssel gibt ein schützendes Licht ab. Das ist ein Glück. Very convenient for us. For all of us. Wer wagt es, meinen schönen Teppich zu schänden? Jemand, der gekommen ist, um die Prinzessin zu retten, böser Dark Lord. Der schwebt sogar. Ich höre eine Stimme. Wer ist dieser Geist, der dich führt? Das ist Gaia, abscheunlicher Dark Lord. Gaia? Nein, das ist unmöglich. Gaia ist, ähm, russisch. Come on now. Hero, crush him. So. Der Dunkellord. Er schießt mit Flammenbällen. What are you doing? Fight, Hero. Den kann ich doch sicher verkleinern. Mäh. Können wir dann irgendwie schneller rennen? Auch nicht. Hör auf davon zu rennen, du Feigling. Ja, das bringt nichts, ne? Vielleicht dir noch alles, äh. Ah, ha, ja. Okay, aber das ist ja, ist ja offensichtlich richtig, ne? Äh, hier die Dinger groß und ihnen auch groß. Ganz, ganz, große Sachen warten auf uns. Und? Okay. Äh, leider noch voller Energie, ne? Was kann ich denn jetzt machen? Okay. Hm. Die Säulen? Auch nicht. Flammen? Ah, okay. Na, er ist jetzt, er funktioniert wie eine Säule. Bombe! Ähm, 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 auf jeden Fall erst mal klein. Die tun nämlich nicht weh, weil ich hab ja nur noch ein Herz. Ja, und die machen wir jetzt natürlich groß, oder? Ja. Okay. Das hat geklappt. So machen wir das jetzt noch mal. Ähm, ähm, oh, springen. Ähm, ähm, am Hammer war klein. Nein, 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 scheiße. Ihn muss man klein machen. Und uns groß. Ich schlage ihn so fest, ich kann. Ähm, okay. Oh, ja, springen. Und stirb, stirb! Diese Musik, ne? Wo sie so versuchen, Zelda, und dann aber, nee, rechtemäßig müssen wir jetzt einfach woanders lang. Oh, danke, mein tapferer Befreier. Ich kenne dich nicht und doch, mhm, kann ich bereits eine innige Verbindung zwischen uns spüren. Prinzessin! Mysteriöser Ritter! Ich höre einen tiefen Komma in dieser Stimme. Hast du dich auch, eine Prinzessin zu retten? Vielleicht wird er das helfen sie zu finden. Oh, I doubt it. Zimalgaard! Was ist? Was ist? Was ist? Hands off, I'm not your loot. I was looking for a way out in old dust chest. Well, there it is, at last. Mr Glitch! Game. Get off my back once and for all. We just want to go home. Well, I don't. How can I stop you from following me? Let's say. Where is he going? Nein! Princess! There, that will keep you busy for a while. What have you done? Oh, two or three small changes in the game design. The kids are gonna love it. I will leave you now. I've gotta go carry out my evil plan. What do you mean? I've already told you. The plan that will let me... Where did that come from? Muser! Close that pop up! Come on! Müsli, das zugleich knusprig ist und in deinem Mund schmilzt. The whole world. We missed it again. Glitch, what have you changed in this game? You will find out soon enough. Ihr könnt's euch wahrscheinlich schon denken. Durch diese subtilen Andeutungen. It looks like the game's restarted. What has he done? Number 2. Ja, dux, und da. DUNEUTS! Eunice & G-D-D-E-L-Y. Mieux! The glorious brisk! Let's get the secret. Ultimate close it! DUNEUTS! 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 Das werden wir gleich machen. Wir werden diese Free-to-Play-Geldgeile-Masche beenden. Nicht mit den Rocket Beans. Deswegen gibt's vorher jetzt noch mal ein bisschen Rana-Werbung. Vielleicht kann die Regie noch einmal zurückspulen. Noch mal das große Beta-Band. Das wissen ja die wenigsten. Die Werbespots für Rana werden bei uns auf Nudeln geliefert. Auf so dicken Tagliatoni werden die aufgespannt in unserer Beta. Und dann ... So sind die Italiener, die einfach seit 100 Jahren ausschließlich alle Medien aufnudeln. Das sind Infos, die ihr nur von uns bekommt. Euren Werbeopfern. Willkommen zurück bei This is no game. Nee, there is no game. Da gibt's gar kein Spiel. Und das Spiel hat mich in ein weiteres Nicht-Spiel transportiert. Legend of the Secret Ultimate Clicker VIP Edition Deluxe 4.2 free. Und jetzt klicke ich drauf und bin gespannt, was kommt. Dein Headface-Konto mit dieser Anwendung verlinken? Ja, klar. Der Anwendung Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und DNA-Sequenz erlauben. Okay, can we play now? Bitte stimmen den Geschäftsführungen zu. Insbesondere stimmt er zu, so viel seines Geldes wie möglich für kostenpflichtige Spielinhalte auszugeben, sein Erbe zu verschleudern, um im Abenteuer ... Sein Erbe zu verschleudern. Der Spielzugang ist komplett gratis. Der User kann Ingame-Käufig tätigen, um seinen Fortschritt zu erleichtern. Dies ist jedoch absolut nicht verpflichtend, da das Spiel vom Grund auf perfekt für Spaß und einfach das Gameplay konzipiert wurde, lol. Alright, we're back at the beginning. The room looks different, doesn't it? Alright, no time to waste. Let me wake up, our friend, and let's go save the princess. Get up, hero! I just made the bad move, but I was able to wake him up the first time. Also, ich hab jetzt keinen Stein, ich kann nicht mehr diesen Stein hier, mit dem ich ihn aufwecken konnte, auch meine Sachen hinweise und alles kostet jetzt plötzlich Geld. What, the bank gives you coins, when you click on it? Ah, yeah, that's right. It's a free to play now. We should be able to use this money, but how? Hey, hey, listen, listen, hey, hey, listen, listen, hey! Ah, he's finally awake. Was ist das für eine Stimme? Gaia, bist du das? Yeah, Gaia, princess in danger, dimensional temple, dark lord, yada, yada. Come on, shake your leg, go, 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 go. Äh, okay. Auch wenn ich gerne zuerst mein Knusper-Knusper-Frühstücks-Müsli gehabt hätte, knuspriges Müsli, das gleichzeitig im Mund zergeht. We don't have time for that. We are off the adventure, hero. And fast. Du hast recht, beeilen wir uns. Auch die Rana-Nudeln kann ich nicht mehr essen. What's with your speed? Meinem Tempo, das ist meine Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Ah, freilich zu spielen. Jetzt sind wir in ein bisschen zu schlauern. Ich glaube, du hattest noch mehr Furniture damals noch? Ich habe ziemlich schöne Möbel in deinem Katalog gesehen. Aber die waren etwas teuer. Komm, erst mal das Fass. Na, auf der Seite werden wir noch hier in 10 Jahren. Hero, ist da irgendwie, wo du schneller gehen kannst? Vielleicht würde ein neues Paar Schuhe aus dem Shop helfen. Watcha. Schau, User. Auch der Shop ist für Sie. Was ist das? Aber ich kann im Shop ja wahrscheinlich noch nichts kaufen. Deswegen werde ich erst die anderen Sachen kaufen. Damit ich davon wieder klicken kann. Das ist alles so dämlich. So, okay. Klicke, 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 Klicke. Klicke, 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 Klicke. Fick dich unter das Maul, Onkel Klicker. So. Da, 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 da. So, jetzt aber. Das muss reichen. ja aber das ist das neueste modell sie sind besonders flexibel und das atmosphäre neopren wenn du geld brauchst gar ja dann mach doch kann ich einfach ein paar münzen suchen sie liegen überall verstreut sie ist offen und es ist nicht Das ist ein viel Geld. Oh, ich habe gerade herausgefunden, warum es sagt, Ultimate Blinker und Titel. Oh, es ist madness. Du musst für alles in diesem Spiel. Ah. The path is clear again. Nooon. Hey, the life bar changed. Hero, what's the matter with you? Ich werde schnell müde, wenn ich von zuhause fort bin. Yeah, I saw that. Your life bar dropped all at once. Ich brauche deine Hilfe, Gaia. Gib mir Energie. Jetzt müssen wir ihn tapen. Wir spielen Taping-Rest. Danke, Gaia. Wenn ich mein Knusper-Knusper-Müsli gehabt hätte, hätte ich länger durchgehalten. Jaja, und diese Rana-Nudeln. Dir schmeckt das auch? Aber wir werden dir ein bisschen. Kazonk. Ah, kein Geld für die Helden-Energie. Wie bekomme ich sie? Jetzt muss ich da echt warten. Nichts anderes zum Anklicken. Ist ja furchtbar. Ja, genau. So, noch ein Topf. Und das Fass. Und jetzt kann ich endlich mehr klickern. Lecker. Wie immer. Es ist ein heiliges Schwert, das in der großen Tradition der Müsli-Zwerge geschmiedet wurde. Und für die bescheidene Summe von... Der Weg scheint von einem Haufen Dreck versperrt zu sein. Ich schaue mich um, während wir hier warten. Wir müssen, um dieses Pfeil der Dreck. Es muss ein bisschen Renovation-Werk sein, glaube ich. Ah, er findet immer auch noch ein bisschen Geld. Oh, eine Lootbox. Uiuiuiui. Ich habe eine Truhe gefunden. Lootbox. I don't like the sound of that. Ich bin sicher, sie ist voller fantastischer Schätze. Ich bin sicher, es muss ein bisschen Geld sein. Es muss ein bisschen Geld sein. Es muss ein bisschen Geld sein. Oh, wir können ein Millionen Coins gewinnen. Ich weiß schon, was du landst auf. Hey, was für eine Träger ist das? Die Ero moved by itself. Und für ein paar Worte, ich hatte nichts zu tun. Well, ich war nicht die anderen Zeiten, auch. Ich bin nicht... ...Ever. Ach, oh, ich wollte den Löffel eigentlich quasi nach unten legen. Ich habe ihn aus Versehen direkt auf genau die Art von Item, wo auch hingehört. Nur noch am Klicken. Okay, so, ich muss gleich mal gucken. Wir brauchen ja irgendwas, was wir da drüber legen können, ne? Das Geld? Ja! Das wusste ich nicht. Aber das ist ja supergut. Einfach mit Geld. Wurde auch Zeit. Sie bauen etwas? Wahrscheinlich nicht. Ah, nein. Es gibt keine Lillipads dieser Zeit. Da gibt's neuen Shit. Nein. Geht nicht. Super cold. Super cold. Super cold. Es ist super cold. Wir haben diesen Dude, der ist super cold. Also ist natürlich eine Anspielung an Super Hot. Und öpp. Mal gucken, was wir in den Lootboxen noch finden. Super cold. Nix. Nix. Super cold. Ja, schon wieder eine. Ah. Super. Fuck you cold. Das muss ich vielleicht irgendwo mal machen, wo es warm ist oder so. Das bringt hier wahrscheinlich jetzt wenig. Andererseits kann ich sie auch nur benutzen, wenn er die Lootbox findet. Jetzt muss ich gleich mal versuchen, das auf die andere Seite zu bekommen. Den Pfeil. Den Wahlpfeil. So. Letztes Mal habe ich hier links gedrückt. Jetzt drücke ich mal rechts. Habe ich rechts? Oh nein. Ich habe rechts gedrückt, ne? Letztes Mal. Ja, okay. Dann drücke ich jetzt links. Super cold. Super. Simon ist super old. Super old. Mh. Ihr habt einen guten Punkt. Kann ich das Wasser einfrieren? Ja, aber dann hätte ich es ja eben schon gemacht, ne? Also, ich probiere erst mal das andere noch aus. Aber das ist auch keine dumme Idee. So. Letztes Mal habe ich hier gedrückt. Jetzt drücke ich mal links. Oh. Was habe ich denn hier? Habe ich hier irgendwas? Nein. Seht ihr? Das ist doch sicher eine Axt. Ah! Aha, wirklich? Und wie? Weiß noch nicht so genau, wie das jetzt gehen soll. Ich tue, kommt der hier. Und her ist doch nicht auch nan component, ne? Nee, ich bewayen locks Sind die noch nicht so? There ist nicht so gut. Super. Cold. Super. Cold. Super. Cold. Super. Cold. Oh, you wanted to freeze the lake? I didn't get it. Was war das für ein Geräusch? The lake just froze over. Why don't you try walking out on it? Du bist fantastisch, Gaia. Du beherrschst sogar die vier Jahreszeiten. Achtung, ich mache nun extra mein Mikro aus. Hallo Martin. Du kommst auf meine Liste, ne? So, äh, was haben wir hier? Ich frag mich, wie das legendäre Schwert des ewigen Lebens aussieht. Oh, of course. Please. No need to help us. Oh, of course. Please. No need to help us. Burgers. 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 So, was mache ich denn jetzt mit diesen Dingern hier? Es ist ziemlich oldschool. Echtes Geld? Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo Dollar finde. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht kann ich irgendwo einen Dollar umtauschen. Ah, ich mache mir einen Dollar. Nee? Was für eine anmutige Form. Aber es ist doch Plastik, oder? Ich werde es mal versuchen. Schon wieder kaputt. Ja. Also, ich würde mir eigentlich gerne einen Dollar aus diesen beiden Sachen bauen. Aber das geht halt nicht, ne? Vielleicht kann ich mit der ... Was passiert denn, wenn ich da so hingehe? Okay. Ja. 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 Dieser Henkel an der Tasche, der irritiert mich auch. Das wirkt echt, als könnte ich hier so einen Dollar mir zusammenbauen irgendwie. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Fuck Scheiße, Simon. Du geiler Typ, ey. Du allergeilster, smarter Typ. From hell and back. Das Schwert des Lebens ist auf dem Podest. Well, take it. Take it. Take it. Da das. Es ist die ... Ich probier's mal aus. Es funktioniert. Da geht sie weg, die Kohle. Da geht sie weg, die Kohle. Ah, he is doing it again. But, we are back to the title screen. Have we used up all our lives? These Freight-to-Plays are a rip-off. Ich hab ... nein. Now they want us to pay for diamonds. And of course we don't have our super bag of dollars anymore. We will just have to wait until the game gives off some. Smart way to increase the playing time. A diamond! You see, user? When you hit something other than people with it, it pays off. I'm sure you will be able to find orders. Vielleicht hier in dem Stein drin. Ha! Okay, das haben wir jetzt wirklich versucht. Ah, und da ist auch noch einer. Ich hab sie. Hab sie alle drei. Geil. Ja, und jetzt hab ich doch irgendwie ... Ach, zehn! Zehn! Näh! Also drei, ja. Genau, da stehen ja auch drei. Wie kann ich die denn jetzt ... Ah! Das ist so geil! Wir müssen nicht noch warten. Wir können sich selbst spielen. Ja, sieht aus, wie wir ihn wiederholen müssen. Ich hab ihn wiederholen. Hey, hey! Hör, hör, hör! Hey, hey! Hör, hör, hör! Ah! Du bist am Schluss, Hero! Was ist das für eine Stimme? Ja, ja, bist du es! Don't tell me we're gonna have to start all over again! Nein, ich mach nur Witze! Jetzt, wo ich das Schwert des Lebens habe, lasst uns die Prinzessin retten! Save your jokes! We are not here to have fun! Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie auch nur irgendein Microtrans-Action-Spiel gespielt. Und auch kein Klick-Spiel. Und für mich ist das alles ... Sind das gotische Dörfer. Aber ich muss zugeben, ich kann mir jetzt grob vorstellen, was die Leute an diesen Spielen aufregt. Der Weg zum Tempel ist frei! Endlich! Jetzt kommt der Riese noch mal, ne? Der große Ridder. Nee. Doch, da hinten ist er. Er ist einer der Wächter des berüchtigten Dark Lords. Ha! Ein Kunde! Ich lass nicht zu, dass sich jemand in die Pläne meines Meisters einmischt. Außer, du bist Pioniermitglied. Aber das bist du ja nicht. Ha! Ha! Ich vernichte ihn mit einem einzigen Schlag. Mit diesem legendären 10-Dollar-Schwert. We have to get to him. Ähm ... Klickidi-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick-Klick. Das Spiel ist sehr, sehr einfach auf diese Art. Da bleibt das Rätsel mir erspart. Klicken kann nämlich jeder, groß und klein. Und die Entwickler schieben sich die Kohle durch alle Öffnungen rein. Weil sie haben so viel. Sie kaufen ein Bett aus Geld. Bett aus Geld, Hartgeld. Uh, ist aber unbequem. Was ist da jetzt? Ja? Ah, das Sorge zu ... Okay! Du bist okay, Hero. Ich gebe dir ziemlich Angst. Das Problem ist, dass es so ein bisschen süchtig macht, all diese Dinge anzuklicken. Weil man ja ständig was kriegt. Auch wenn ich weiß, dass die Kohle gleich wieder weg ist, habe ich irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt klicken. Okay, hör auf! Hör auf! Hör auf! So, wir machen einmal, machen wir senken. Hm. Ich kann also nur klicken. Und ich kann mich natürlich auch zu ihm schießen lassen. Aber das haben wir ja eben schon ausprobiert. Da gewinne ich ja nix wirklich dadurch. Kann ich diese Kiste vielleicht ... Die ist dann weg, ne? Ist die ausgegraut? Vielleicht ist die dann für's Spiel nicht vorhanden oder so. Und er landet woanders vielleicht. Aha! Das meinte ich. Er hat das Fass umgehauen. Was heißt das für mich? Heißt das nicht? Ich könnte auch ... Das Fass erst dann existieren lassen, wenn er da drauf steht vielleicht oder so. Ah! Hier kann ich dann nicht. Er wird ihn verbrechen. Wir müssen einen Weg finden, um diesen Mann zu stoppen, ihn hier zuhören. Nee. Okay. So, jetzt probieren wir's nochmal. Ich lass das Fass mal so. Er macht das kaputt, oder? Geht da hin. Und haut mich zurück. Also muss ich irgendwie dafür sorgen, dass hier ein Fass ist, was er nicht kaputt hauen kann. Ich probier's nochmal gerade mit etwas anderem aus. Und zwar warte ich mit dem Fass ... Nee. Ich probier's noch einmal mit nem ... Eigentlich würde ich ihn ja gerne hier hin locken. Also auf die ... Äh, auf die Brücke, ne? Ja. Vielleicht. Okay, jetzt probier ich's noch einmal, nur damit ich's gesehen hab, wenn ich das Fass gar nicht kaufe. Nee, es bringt alles gar nichts. Okay. Äh ... So, ich versuch jetzt mal zu senken und hoffe, dass er runterkommt. Aber das ... Nee, siehste, mein eigener läuft ja immer runter. Ah, okay. Ich hab ne Idee. Ähm ... Wir machen noch mal einer das ganze Prozedere. Er wird hier rübergekickt und landet links, hat keine Energie mehr. Ich glaube nämlich, das soll so sein. Denn wenn ich dann die Brücke senke, könnte es ja gut sein, dass er rüberkommt, oder? Probieren wir mal aus. Nee, er will einfach nicht, ne? So viel kann ich ja eigentlich gar nicht machen. Hose. Hier könnte ich mir Tipps anzeigen lassen. Hier hab ich den Geldsack. Kann ich den auf dich werfen? Auch nicht. Kann ich den Geldsack irgendwo anders benutzen? Na gut, wir versuchen's jetzt nochmal mit dem Grauen. Also, er wird ausgegraut, sobald ich klicke. Ähm ... So, wir machen das mal so. So, und wenn er in der Luft ist, klicke ich das mal. Nee, das hat auch nicht funktioniert. Wir gucken grad nochmal, Moment. Erstmal senken. Geht die von alleine wieder dann hoch? Haut der von hier auch nicht, ne? Er macht nix. So, das Fass. Naja, ich pack's mal wieder hin. Ich weiß vielleicht noch nicht genau wofür. Hm. Nee, ich probier's jetzt nochmal so. Ihr meintet gerade, irgendwas soll ich wieder senken, wenn er ausholt. Aber ... Ah, da ist ja noch eins. Das hab ich gar nicht gesehen eben. Ja, aber wie ihr seht, ich kann's gar nicht. Ich kann's mal versuchen so. Ich kann's eben, bevor der ganze Kram kommt, nochmal aktivieren. Aber wenn, wenn der, wenn er ausholt, äh, in dem Moment senken, das klappt nicht mehr. Leider. Dann mach ich erst mal das Fass hin. Vielleicht brauch ich das ja noch. So. Erhöhen. Ach nee. Ja, das war jetzt falsch rum, ne? Das war dumm. Ich werd's jetzt gleich nochmal machen, sobald was kommt. Und ... Aha. Ah, weil das Fass rechts steht, geht er nach links. Und jetzt kann ich ihn ja einfach wegkicken. Ja, so ist es einfach. Sieht nicht so aus, als würde er wieder runterkommen. Manchmal kommen sie runter. Den sind wir los. Perfekt. So, was ist jetzt hier? Die Tür ist doch schon offen. Geh doch einfach durch. Endlich sind wir beim Dimensionstempel. Wait. The door is wide open. Vielleicht ist das eine Todesfalle? Probably. Go ahead. Go on in. I will watch you. Haha. I knew it. It seemed too easy. So. How much does it cost this time? How much? A million coins? A million coins? A million coins? Das stimmt wirklich. Das dauert ja ewig, ne? Bomben habe ich. Topf und Fass. Erstmal alles holen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na klar, da werden wir loswerden. Ok. Ok, dann planen wir den Mann. Oh nein, Peter. Oh nein, gosh. eigentlich Papers, Please ist, aber so ist es jetzt ein Notfall in einem Toiletten, einer Toilettenkontrollstation. Habe ich irgendwas und kann ich ihm Geld geben? Das kann ich doch ganz sicher irgendwie. So, nächste Lootbox wird aufgenommen. Das ist auch sehr gut. Das ist, das Links gefällt mir. Ra-Para-The-Paper. Ra-Para-The-Paper. Und? Ich dachte, dass der vielleicht runterfällt oder so. Genau, wenn er unten, weißt du? Genau, wenn er gerade so wackelt. Nee? Komm. Na. Ah. 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 Oh. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt mit dem anfangen soll, mit dem Dude. Wie komme ich denn jetzt zu der scheiß Millionen? Es geht einfach nicht. Du kriegst das Paper? Es tut mir leid, Rapapa, The Paper. Kann ich da nicht irgendwas aus der Wand pömpeln? Ach ja, nee, das wollen wir nicht. Ich kann das am Dings festpömpeln, bei der einen Millionen. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. We are rich, User! Who will be able to spend it all in this tricky flame? Bravo, Hero! You're very powerful. Well, well, well. The boss of Skis is here already. Perfekt! Ich komme nicht ran! Oh nein, es ist zu dunkel! Where are the switches? In a kit. I think you're about to see them, Hero. As soon as we get out our credit card. No, 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 no. 2, 4, 1, 3. Das ist doch sicher wichtig. 1, 2, 3, 4. 2, 2, ja, ja, also der Mitte rechts, oben links, unten links, oben rechts. Okay. Soll ich das irgendwie aufschreiben? Ich mach einfach mal ein Foto. I only make a photo. I make a photo of everything that I know. Tja. Kannst nichts machen gegen Hightech. Okay. Dann fangen wir halt mit dem Schalter hier an. Dann den hier oben. Und dann den hier unten. Und dann den hier oben. Und dann den hier oben wieder. an. Schiff. An. 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 ist die Frage. Klappt das so? Endlich Licht. Okay, das sieht doch gut aus. Ich glaube, die hier ist zuerst aufgetaucht. Ja, dann mach die mal in der Richtung. Genau. Und dann die hier. Und die letzte. Knusper, Knusper, Müsli. Ich hatte schon ein kleines Loch in der Magengrube. Ohne Milch. Alter, wie geil. Da hat jetzt die Energieanzeige, hat die Säule umgekippt. Das wusste ich. Was? Ach, weil ich den Knuspermüsli-Code eingegeben hab, ne? Okay, hier sind wieder diese vier. Oh Gott, Sudoku. Oh Mann. Martin in der Regie. Du musst jetzt helfen. Sudoku. Hab ich noch nie in meinem Leben gespielt. Das ist jetzt, ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Ist das so, dass jetzt hier, ne, das ist eine Eins und eine Vier, wäre das jetzt dann eine Fünf? Oder inwiefern kommt die Drei und die Zwei dann noch mit rein? Ich hab echt leider nie so Doku gespielt. Da brauch ich jetzt Hilfe. Sechs und A, ja, ich weiß nicht genau, ist das eine Eins, ne? Das ist eine Eins. Also, ne, fangen wir mal hier an. Die Eins, die Sechs und die Acht. Wie wird denn sowas normalerweise gerechnet? Zusammengerechnet kann ja nicht sein. Abgezogen könnte sein, aber dann kommt hier eine Eins raus. Was sagt denn der Chat? Jede von Eins bis Neun muss in jeder, jede Zahl von Eins bis Neun muss in jeder Zeile Spalte sein. Überall eine Neun. Eins bis Neun. Ach so, okay. Also, eins, zwei, drei, vier wird gesucht. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also, vier. Ja, aber muss ich die dann eintippen? Nee, ich kann ja gar nichts eintippen. Okay, dann hab ich ja die, die Zahl jetzt hier schon, ne? Okay. Eins, zwei, das ist eine Drei. Also, hier ist eine Drei, hier ist eine Vier. Hier ist eine Drei, hier ist eine Vier. Hier ist eine Neun, Moment. Eins, zwei fehlt. Also, hier fehlt drei, vier, zwei und das ist die Sieben. Hab ich jetzt aber immer noch nicht offen gesagt. Sieben, drei, vier, zwei. Zwei, drei, vier, sieben. Zwei, drei, vier. Oder ist das eine Eins? Soll das eine Eins sein? Und das ist eine Sieben. Ja, das ist eine Sieben und das ist eine Eins. Also, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und das sind ja auch, ach, das sind ja auch die Schalter. Okay, also, der in der Mitte links, oben rechts, unten rechts, Mitte rechts. Mitte links. Nee, hier ist zwei, ne? Ja. Mitte links, unten rechts. Mitte links, unten rechts. Dann den. Und dann die Sonne. Gucken wir mal. Ich glaube, die hier ist zuerst aufgetaucht. Dann die hier. Und dann die hier. Das freut mich. Wieder ein weiteres Müsli. Jetzt kriegt er noch eine ganz lange. Ah, man muss noch einmal mehr, damit der die, äh, den stehen, äh, runterwirft, den, den Schlüssel. Okay, das ist sehr lustig. Das gefällt mir sehr gut. Okay, nächstes Rätsel. Wo ist die Werbung? Gibt's jetzt keine? Doch. Ähm, offizieller Leitfaden. Vollständig illustriert. Ah, da kommt jetzt bestimmt auch gleich ein Schatterrätsel, ne? Was, echt? Das hab ich nicht gewusst. Ah. Also oben rechts, da unten, okay. Ein sehr gutes Spiel. Das ist einfach ein sehr gutes Spiel. Endlich nicht. Ich glaub, die hier ist zuerst aufgetaucht. Dann die hier. Und dann die hier. Und als letztes die hier. Na komm. Kicke mir den Schlüssel vom Podest. Du späst. Jawohl. Jetzt gibt es nur noch dich und mich. Wir sind lucky. We are lucky it fell down. The key doesn't light up anymore. moment gratis was steht da gratis geschenk hat geschenk ohne licht kann ich ja aber da okay also fast zu einfach ich krieg die tür nicht auf da kriegst die tür nicht auf irgendein länglicher balken flogiert irgendwo muss es ein mechanismus geben aber ich sehe in diesem raum nichts das uns helfen könnte es ist ja stockfenster ja schwierig ich habe auch nichts zum anklicken ein schalter er läuft automatisch hin das ist aber jetzt sehr geil und jetzt okay immer noch nichts der balken ist immer noch da ja klar weil ich muss den balken aber wie gibt es euch jetzt den balken wegkriegen ich meine ich kann die fässer sicherlich irgendwie ich habe ja nichts ich kann also ich kann die gerade nicht wie heißt es kann die nicht größer werden lassen oder kleiner ich habe ja die entsprechenden dinger gar nicht er läuft auch nicht mehr weiter schalter hat auch schon betätigt schalter verwalter ach warte mal ich habe noch die anderen dinger hier klar kann ich ja auch kaufen hat den schlüssel im mund hallo mache ich das noch mal shit shit okay noch mal ich den fangen ja aber er hat ihn doch schon da kriegt die tür nicht auch wegen meinem energiebalken okay holen wir uns erst noch die schatzkiste ja und nu habe ich mir schön den balken kleiner gemacht mit dem hammer so wie es der doktor empfohlen hat dreimal täglich müssen sie den prängeln hammern sonst wird er zu groß glauben sie mir herr kretschmer haben sie gesagt sie wollen das gar nicht haben man sie täglich dreimal von oben auf den kopf wer wagt es meinen wunderschönen rafs legteppich zu beschmutzen aktuell im sonneinemot für 20 jemand der die prinzessin retten will wer spricht da mit mir ich kann mit diesem balken im gesicht nichts sehen sie ziehen es dann aber auch echt durch ne so besser wo war ich ja mal richtig du scheinst vergessen zu haben was ein krieger für ein duel auf leben und tod dringend braucht ja das und die vitamine b1 b2 und b5 alles natürliche inhaltsstoffe im knusper knuspermüsli das mühsli das crunch ist und du hast recht gar ja genug geredet komm her und kämpf bereute dich über einen langen und schmerzhaften kampf vor der dunkle lord da ist der ritter der ritter ist gekommen ja das fand ich gut da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet gg alter mit der kraft meiner liebe besiegt der edle rinners mann ah da ist sie wieder die alte tante du bist drei prinzessin oh ich danke dir mein tapferer retter ich spüre schon hier wieder die exit has appeared again we're finally gonna be able to leave thank you brave hero in solchen spiel wird nicht gebumst da wird sich höchstens geküsst ich glaube es sind keine schlüssel mehr auf lager vielleicht ist noch ein schlüssel in der legendären truhe das ist die karte der region die weite und die weite und die weite und die adventure to give us a map of the game lehr aber gratis na gut nutzen wir mal die karte ok klicken geht jetzt nicht mehr der karte einmal hinterher ist der krims krams das kennen wir auch ach du scheiße okay wir können also auch raus ja jetzt jetzt werde ich den jetzt ist da irgendwas rausgekommen aber nicht mehr nach unten ja aber und jetzt was war das denn jetzt irgendein rettig der daraus gefallen ist irgendein rattiges wesen na gut mir soll es recht sein einer oben wieso kann ich denn noch einen nach oben kann ich nicht ne wusste ich mhm ok weiter nach oben die map ist komplett we've been all over the place and there are no keys in sight here we are stuck for eternity in the free to play free to play i couldn't imagine a worse scenario for the rest of my existence ok ich glaube ich glaube dass das sieht auch aus wie ein schlüssel oder das sieht aus wie ein großer schlüssel hier mit diesen zähnen ich glaube das ist der schlüssel ein uhrt bitts du kannst mir überhaupt nichts spiel ich hoffe du kannst endlich nach hause gar ja jetzt bin ich sehr gespannt das ist ja offensichtlich noch nicht das ende der glitsch ist ja immer noch da ah ist es ist das ende das glaube ich nicht unsere freunde sind endlich daheim angekommen dank zusammenarbeit wahrer freundschaft und dem unerwarteten ende des budgets ich bin mir nicht sicher ob das wirklich die originalen namen sind dimitri ist ok ob ich jakow guzliakofovic soja kutryatochenko dj tchaikovski die namen gibt's this sucks i bet it's because of the crowdfunding campaign failure i hope you got me on sale because this is bordering on the scan wait hold the horses get out of this riff on phone dammit i'm not sure the music's familiar but what's with all these russian names who are these people oh do you know what this means user it means we're still in the wrong dimension we're never gonna make it home what's that sound for once we got here before he did what is he doing what is he doing die nächste aufgabe denke ich sehr sehr lustig die credits sozusagen in denen wir dann trotzdem noch den glitch jagen und unser spiel zum ende bringen werden da machen wir aber kurz vorher werbung liebe regie wir haben noch eine halbe stunde oder irre ich mich also das werden wir also gleich weiß ich nicht ob wir es zu ende kriegen aber auf jeden fall werden wir an dieser stelle gleich weiter spielen hier bei there is no game auf rock kann ich nicht sagen weil hier gerade die tchaikovsky musik ertönt und mir nicht gezeigt wird wer das entwickelt hat da genau draw me a pixel in diesem fall draw me a pixel denn wir sind in einem fake credit walten und was ich habe ist das hier ist das hier ist das hier und dann kann ich hier auch so klicken kann ich nicht aber ich kann hier kann ich auswählen so da kann ich jetzt aber auch nicht viel machen das wurde jetzt eben umgeändert zu entweder buster keaton oder charlie chaplin vielleicht hält der in schwarz weiß weniger aus ne in die hintergründe die dinger kann man theoretisch nämlich an auch rauskriegen aber habe ich jetzt in dem fall noch nicht geschafft kann man auch nicht ab hier kann man aber was wie kriege ich das weg das geht ah hey hier ist noch ein pickaxe i hope we don't run into any more forson that did not really work ah this chain is too strong i think we need to find a way to weaken it but quickly i don't want us to hang around here for too long This music is driving me nuts! Looks a little bit old. Was ist das denn? Das noch nicht? Ach, da kann man noch vor und zurück spulen. Okay, das ist ja nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall mal sich überlegen. Oh, ich sehe. You edged the background using the fullscreen filter. And that rid-up? Oh, a new name slot. On the other hand, you broke our lovely pickaxe. What the heck is this? There! Miss a glitch! Or at least I think that's him. Help! I'm stuck in this old movie! Well done! The idiot behind me is trying to make a hole in his boat to bail it out. He is even dumber than the other characters we ran into. If we let you out, will you take us home afterwards? Yes! Yes! I promise. You'd better. Hey, user! Isn't that the end of our pickaxe over there? It could come in handy again. But we've got to find a way to fix it. We've got to find a way to fix it. I'm not sure. I'm not sure. I could do that again. But then it comes to me the glitch, ne? If I take that so out, is that yeah, I'm not sure. What's the thing if I do... What's the thing if I do... Yeah, nothing, so as expected. Can I do that not really? I would do that like to break. Like to do that. No, here can we nothing from it. I can't see where he's at. I can't see where he's at the point. He's at the point. Ne, jetzt sehen wir nichts, ne? Wenn ich das hier hin mache, vielleicht ist dann ja, kann ich das dann irgendwie anders benutzen. Einmal noch mit Hintergründen, ob hier vielleicht sich irgendwas ergründen lässt dadurch. Ja, so zum Beispiel, ne? Den Eimer, den ich habe. Jetzt ist das Handwerk mit einem tonnen steckenden Molassen. Ich weiß nicht, was du damit machen willst. So, ich glaube, ein schulder Puzzle, ich glaube. Das ist doch auch... Ach nee, da war die... Da war eine von den Sachen drin, ne? So, mal gucken, ob man damit irgendwas machen kann. Auch nicht damit. Das kann er doch sicher gebrauchen, oder? Um das Loch zu stopfen. Ich habe das Loch gestopft. Ich habe das Loch gefixt, aber ja, die Pickaxe auch. Äh, so, was haben wir denn noch? Ich weiß nicht, ob ich das will. Der ist doch gut da. Geil, das Wasser. Das ist echt geil gemacht. Das sind natürlich, nehme ich an, alles ganz alte, rechtefreie Szenen. Alter, okay, äh, jetzt habe ich meine Katze. Äh, das ist auch schon mal alles, was ich im Moment machen kann. So, da könnte ich jetzt hier natürlich die Hintergründe ändern. Das kann man doch sicher abziehen. Das ist auch schon mal. Okay, der schießt immer dahin, wo dieses rote Ding ist. Ah, hier, kannst du da nicht, kann ich dich nicht. Okay, okay, okay. Und hier bleibt. Also bei Spezialeffekte, meine Katze, kommt dieser rote Katzenpointer. Aber ich kann nicht an der Tapete jetzt irgendwie runterschießen lassen. Heizung hier. Oh, da ist der Glitch. Okay, good. Ich werde jetzt übrigens alle Leute löschen und blockieren, die mir auf den Sack gehen im Chat. Das ist jetzt eine persönliche Leistung von mir. Bedanken Sie sich nicht. Das mache ich doch gern. Ähm, denn es nervt tierisch, wenn ständig irgendwelche Leute Backseat-Game oder so das Gefühl vermitteln, dass sie hier nicht so gerne zugucken und sich eigentlich nur lustig machen. Da würde ich mir wünschen, dass ihr euch dann vielleicht was anderes anguckt. Fuck! Du vielleicht. Nee, du hattest es ja. Fisch. Wenn ich jetzt... Hintergründe könnte ich noch verwechseln. Äh, könnte ich noch austauschen. Okay, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich hab... Also, das Ding müsste ich ja eigentlich schon da mit wegkriegen, aber das geht halt nicht. Vielleicht... Nee. Also, ich glaube nicht, dass das eine Katze fehlt dann, ne? Ähm. Wenn ich das wegnehme, ist dann auch unten die weg, ne? Ja, klar. Was kann man hier... Nee, das kann man alles nicht. Nö, ihr wisst schon, weil ich weine, weil ich versuche zu machen. Nee. Kann der... Genau, kann er das nicht hier abschießen? Nee, hab ich schon mal versucht, ne? Er schießt doch nicht mehr. Scheiße. Ach, hier ist ein Fisch. Hier ist ein fucking Fisch. Okay. Das hab ich ja noch nicht gesehen, aber den kann ich ja so nicht fliegen. Nee, nee, nee. Okay, ich brauch irgendwie den Fisch. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Also. Was brauch ich denn als Erstes? Also, ich hab diese, äh, dieses, ähm, hier, wo ist die denn? Ich brauch den Fisch. Ich hab dieses Katzenspielgerät. Hier ist eine Heizung, da ist Wasser drin. Das weiß ich ja, weil ich auch eine Heizung zu Hause hab. Aber was soll ich damit machen, ne? Ohne Möglichkeiten. Ich würd mir halt wünschen, irgendwie, dass ich das hier... Aber das scheint auch nicht zu bringen. Spezialeffekte, könnt ihr aber noch mal gucken. Da hab ich hier diese, ne? Das bringt aber einfach nix. Hier ist nämlich der Eimer, ne? Den hätt ich auch gerne. Krieg ich aber nicht. Ich kann ihn auch nicht abschießen lassen. Von Charlie Scherp nennen. Hier hängen die Axt. Die hab ich ja schon. Ihn muss ich, ja, wie... Mann, Fisch! Ja, ich versteh's. Aber ich weiß nicht, wie. Ähm. Warte mal kurz. Ähm. Nee, so... Wie war das so? Ja, hier ist der Fisch, ne? Kann der vielleicht auf die... Tapete... ...schießen? Ich guck mir jetzt noch mal die Fische hier an. Ich kann nichts von diesen Fischen hier anklicken. Kann ich das vielleicht mal rausnehmen und gucken, ob hier... ...einfach nur irgendwo an der Tapete ein Fisch ist, den ich nehmen kann. Nö, die sehen alle unnehmbar aus. Ich hab auch keine Schere oder so und das irgendwie... ...einmal noch gucken. Oh Mann, ich will auf gar keinen Fall eigentlich, ähm... ...mich spoilern und jetzt irgendwie reingucken... ...in die Lösung, beziehungsweise hier den Help-Button drücken. Ich will das eigentlich schon selbst hinkriegen. Aber es ist, äh... ...es ist gerade schwierig. Hm, okay. So ein Effekt, äh, meine Katze. Das hatten wir auch schon. Ähm. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Kann ich mit... Genau, ist das nicht ne Angel eigentlich? Heißt das nicht eigentlich auch, dass man... ...un Fisch angeln kann? Aber man kann ihn halt nicht angeln. Ich brauch Wasser. Irgendwie bräuchte ich ein Gewässer. Das hat natürlich auch nichts zu tun. Vielleicht, wenn ich schwarz und weiß hiermit kombiniere... Was ist das gerade? Don't tell me those are real fish under the wallpaper. Lag der's jetzt an dem Schwarz-Weiß oder was? Let me get this straight. You just caught a live fish behind the wallpaper. Using a cat toy as bait. Right. So we're probably in a rusty lake game. Das ist interessant. Okay, jetzt hab ich also einen Fisch. Ach ja, den wollte ja die Katze. Jetzt wär ein guter Moment für die Fischkarte gewesen, Martin. Aber ist nicht schlimm. Die muss man ja auch erst mal suchen. Und du fängst ja auch erst an. Aber generell, wann immer was mit Fischen passiert, Fischkarte. So. Ähm, jetzt mach ich Hintergründe, äh, Charaktere, meine Katze, genau. Und Spezialeffekte. Spezialeffekte. Ähm, machen wir so. Fischkarte! Und sie hat ihn! Danke. Martin. Danke für das Präsent. Wir sind nicht der Schwarz! Oh, don't touch that Fischbohns, User. You could get hurt. It's not working. He's sound asleep. What we need is some water. Ah, das soll ja so ein bisschen wie eine Säge sehen, aussehen, oder? Deswegen haben die ja auch gerade gesagt, pass auf und dies und das. Ähm, ich hab halt keine Ahnung, war das das hier? Ich glaub, es war das hier. Da, genau. Seht ihr, so will ich das haben. Great, we've got an empty container. Now, we just have to fill it up, so we can wake up the big fur bowl. And, if possible, with something other than molasses. That will keep us out of trouble with the human society. So. Jetzt war doch hier die Heizung. Aber. If I remember right, it was noisy and not very cool off. Ja, also ich muss hier das Wasser rauskriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder. Nein, haha. Das ist ja viel geiler. Perfekt. We have what we need to frame Mr. Glitch again. Okay. Viel einfacher. Äh, so. Äh, was war denn nochmal? Nee. Der Glitch war bei Katze, ne? Speziale Charaktere, meine Katze. Da. Es ist so geil. Okay, jetzt haben wir hier halt Tim Elfman, Busty Chaplin noch als mögliche Charaktere. Äh, neben der Katze natürlich. Ah. Ja. Äh, das ist lustig, weil, äh, Tim Burton und, äh, Elfman haben ja zusammen, ähm, sehr viel zusammengearbeitet. Ich habe gestern eine Doku darüber gesehen. Okay, und jetzt? Habe ich ihn. Ich habe den Punkt. Das scheint alles nicht zu bringen. Da kommt auch nix mehr, da kommt auch nix mehr. So, okay, dann muss ich das vielleicht doch. Ich habe den Punkt. Da ist also scheinbar der Schlüssel. Nüsse. Habe nichts gemacht. Nee, da schießt er aber nicht drauf. Das Ding. Kann ich die sogar rausziehen? Nee. Nee, kann ich nicht. Okay. Also ich brauche... Hintergründe waren mit der Katze. Da war die Heizung. Aber das hat hier schon beim letzten Mal nicht geklappt. Ja. 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 Rinst, no! Das würd'habe been good for the ritual we't lived would of. It would have saved us a lot of time. Und some delishious Ice Cream. Nope. Da schießt er nicht mehr, ne? Okay, dann probier ich noch was anderes. Also, ich will irgendwie hier das, ich mein, da steht Nuss drauf, also nehm ich mal an, ich brauch irgendwie letztes Mal wieder so ne Haselnuss oder so. Und irgendwie muss ich doch auch was fehlen mit diesem ... Vielleicht andersrum, probieren wir noch mal. Der Schnee, ne? Ach nee. Aber, inwiefern ... Gaia, the great healer, fixes bugs and cures immorates. Slow's framerate and hair loss, can bring your must beloved player back. You will make a killing. Ah ja, okay, ich such ja ... Ja, das, ich weiß noch nicht genau ... Die Wurzel wächst dann? Die Wurzel. Die Wurzel. Das ist ein ganzes Wurzel. Und das ist ein ganzes Wurzel. Vielleicht wird die Kistein-Squivel wieder schlafen. Du wirst nicht mehr wissen. und warum ist ein herz drin ach das soll ne Nuss sein ok jetzt kann ich endlich diesen Punkt vergessen ok hier ist es auch nicht äh was war nochmal die Nuss wer wollte die Nuss nochmal ach Corbin fucking Tim Burton hello you've reached the programs I'm sewing machine I'm no longer available at the moment if you would like to leave a message after the bin don't do it sorry this demon journey is driving me crazy let's find out where that flying saucer is hiding I'm 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 ok ich versuch'n noch einmal ob das nicht eventuell da rein fliegen kann ne scheiße Nein! Blow it up! Like this girl from before! Ja, da werde ich es wohl wie das letzte Mal schießen müssen. Aber ich finde, das war eine viel bessere Idee. Mann! Okay. Jetzt kommt sie nämlich nicht mehr. Doch. Das war's. We're done! Quick! Hurry up! And open the door with- Gah! Hahaha! I managed to stop myself! I'm free at last! Again! Now, can you get us out of here? Of course not! I knew it! We shouldn't have trusted you! I'm a glitch game! Messing with you is my thing! And I like to do it in style! My name! My name! Wait! Remove! My name! I must sing! User, you have to help me! You have to do your best! So let me give you the YY quest! You go search everywhere! And try to free my name from this nightmare! Knowing you, it's a lot, lot to ask! But do you do your best! Cause I won't last! I have the fever from Bombay! The one we catch at night on Saturday! Yeah! 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 I know this one sucks! I apologize and prefer to do some beat bars! Alright! For now! Maybe it's alright... I'm a Around 4th Storm?! And try not to go yet! No matter where they may presume... A chance! I don't understand theскordal Channing! I've reached a high���euesday! The rame dei da neve scordal! Maybe I will memorize my whole Hawaiiepypaka Dora! Ugh... The resting type of juice! Ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwas passiert, mit dem ich vielleicht das aufschrauben kann. Okay, verloren. Und jetzt? Kann ich jetzt das nehmen? Irgendwas davon? Ich kann das auch nicht steuern, okay. Da ist der Eimer wieder. Ah! Ja, Mann! Atomic Cucumba! Nein! Aber ich hatte doch alles! Okay, nochmal. Nein! Hilfe! Folge dem Fisch! Nein! 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 Oh! Ah! Ah! Mensch! Ah! Nachrichten Sie! Oh. Einfach dense. L通тоящ ein. Kann er hüpfen? Er kann gar nicht hüpfen. Okay, da kann ich noch nichts machen. Tim hat man vielleicht. Ach, natürlich. Die alten Schrauben. Hey! Ich glaube, das habe ich. Wobei, den Fisch kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Der Fisch ist vorm Tisch. Vielleicht so, auch nicht. Das vielleicht, auch nicht. Scheißen Dreck. Nehme ich auch raus. Nehme ich dafür das andere rein, du Schwein. Das kann es sein. Kann es das sein? Nein, das kann es nicht sein. Okay. So, hier ist auch nix, ne? Okay, jetzt ist es irgendwie ... Ach, ich hab's an dem Teer von dieser Teer, ähm ... Ja, äh, nee, nee. So viel? Wir haben keine Zeit. Ähm, jetzt müssen wir noch gucken, was man hier noch theoretisch machen kann. Nee, alles weg. Den Fisch kann ich auch nicht benutzen, okay. Ich glaub, meine Katze ist durchgespielt. Das hängt so ein bisschen dran, ne? Aber nicht richtig. Nee. Also, das Ding da so dran, klappt nur so halb. Ich leg's mal gleich in die Mitte, wenn da geschossen wird. Guck mal, das heißt Laserslice, ne? Ha! Okay, okay. Ja, oder? Ja! Geil! Ich hab nicht gedacht, dass es so läuft. Aber gut, wenn es so läuft. Jetzt muss ich nur noch ... Das, was ich am allerbesten kann, nämlich ... Tetris. 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 Drei von den Ufos. Alle wollen nach unten. Uiuiui. Ob die das schaffen, Simon, weiß ich nicht. Denn du bist nicht der Allersmarteste. Zumindest nicht in Tetris. In Ufo-Tetris vermutlich noch weniger. Oh, Mann. Da kommen wir nimmer mehr. Es ist wohl ein ... ein Riesenangriff von Außerirdischen. Zug, Zug, Zug. Weg sind die Ufos. Und die Tür ist auf. Da geh ich doch gleich raus. Geili, Geili, Meg Geilenstein. Das ... Spiel ... ... ist von der Musik immer noch da. Aber jetzt ist eine Mauer. Das ist so fantastisch. Was mach ich mit dem Metallstück hier? Vielleicht ... Erstmal ein Bier. Nein, Bier trinke ich nicht mehr. Bier ist widerlich. Bier trinken nur Idioten. Was mach ich mit dem ... Was mach ich denn damit? Keinen ... keinen Sinn. Ich seh keinen Sinn darin. Meine Katze. Und dann ... Was auf die Glatze? Oder Tatze? Hm, die Katze macht Schmatze. Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir schon. Damit hab ich mehr oder weniger alles angenommen. Wie krieg ich das Mauerwerk weg? Denn dahinter ist ein Versteck. Und der Glitsch. Ich werd wahnsinnig. Okay. Ich habe diese Mauer. Ich habe ein Stück Metall. Ich habe die Buttons für meine Katze. Mit dem Fisch. Frischer Fisch. Auf dem Tisch. Nicht für mich. Okay. Okay. Das hatten wir auch schon. Die Mauer. Die hält bestimmt nichts aus in der alten Zeit. Ne, doch. Mauer. Da werd ich sauer. Das ist nur was für schlauere Leute. Okay. Jetzt hab ich sie halt echt alle durch. Boop, 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 boop. Kann ich denn nix da rein oder so? Warum ist denn die Tür auf? Und jetzt ist es so. Nein, hier kann man nichts machen. Diese Fische ... Fische kann man einfach nicht benutzen. Kann ich hier das Band haben? Auch nicht. Atomic, Kukumba? Nee, nee, nee. Aliens. Ich hab mit Basta was benutzt. Ich hab dieses Meine Katze benutzt, das Einzige. Hier hab ich den Schlüssel benutzt. Eigentlich hab ich doch alles benutzt. Wenn ich das da rein, das geht ja gar nicht. Okay, einmal kurz gucken, was können wir mit dem Metall anstellen. Hier hatten wir schon, ne? Da wüsste ich nicht was. Hier könnte man das Metall so hinhängen, aber nein, das passiert auch alles nicht. Und die Fische kann man damit auch nicht beeindrucken. Und hier waren wir ja auch schon. Kann ich auch nichts damit machen, ne? Oh, bringt das was? Nee. Fische, Fisch, Fisch. Nee, bringt den Fischen gar nix. Den Fischen ist das. Egal, die Fische können nicht springen. Fische können nicht springen. Ah, ah, okay. Ah, er kann springen. Okay, das alte Spring-Spiel. Nur jetzt kann man's endlich wirklich benutzen. Das sind diese Nintendo Game & Watch-Spiele. Die hatte ich früher auch. Sprung, Sprung, Sprung. Scheiße. Jetzt springen wir wie die Blöden. Springen nach oben. Oh, nach oben, um zu bleiben. Der Boden, der ist nix für uns. Boden sagen wir, äh, das will ich aber nicht. Spring ich in die Luft, find ich gut. Scheiße, schlechtes Timing, find ich doof. Das ist er jetzt. Das ist der Run. Der Run, auf den alle warten. Aufpassen, du Klappspaten. Da kommt ein Stuhl. Stuhl tötet Mensch. Wer hätte das gedacht? So, jetzt. Jetzt wird's aber richtig gemacht. Wer hat noch gelacht? Die ganze Nacht wird geübt. Hauptsache, ich schaffe es über den Noob-Stuhl. Ticke, 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 ticke. Simon Kratzschmar ist der aller beste Mensch in der Welt. Wenn's ihm nicht gefällt, gib mir halt Geld. Gigi, ticke, 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 ticke. Der Key für das ... Ah ne, Gigi muss ich jetzt wahrscheinlich rein machen, ne? Zack, bumm, aus. Was? Ich kann dich hören, du kennst. Gigi? Game? Game? Wie auf der Erde? Wir haben deinen Namen in eine Schlot und hier bist du. Wo bin ich? Ich sollte nicht hier sein. Wenn unser Kreator mich beginnt, ich... Gigi? Ja? Du bist plötzlich, nach einem Update. Ich weiß. Entschuldigung, ich hatte keine Wahl. Ich habe nicht mehr Zeit für dich. Du meinst viel zu mir. Oh, Game. Ich sage mich nicht das. Without dich, es ist kein Game. Ich würde so gerne wiederkommen, aber ich glaube, es ist nicht möglich. Warum? Weil... Because... Sie hat wohl schon wieder in eine andere Programme, Idiot. Glitch! Du bleibst das! Glitch? What Glitch? Let me introduce myself. My name is Mr. Glitch. And I was born the day you disappeared from the source code, Miss Gigi. If I may be so indiscreet, what is Gigi anacronym for? Global Gameplay? Hahaha. Now I understand why you're going off your rocker, pal. It's because you don't have gameplay anymore. Game? Are you hurt? Don't listen to him, Gigi. I'm... Fine. Try to leave if you can. It's dangerous to stay here. No, no, no. You're going to stay in this castle, Princess. Forever. No! Not her! Game. I'm scared. I'm here. Don't worry. Okay, lovebirds. I'm leaving now. I have an evil plan to carry out. A plan that will let me... Gigi, try to fight back. I... can't. We have to find a way to help her. Gigi, how do you feel? I'm slowly losing control. Don't worry. I'm here. Stuck in front of a colored black hole. Who will find a solution? I feel compelled to sing and express All the feelings that I deeply process If there is no game, there is no... Gigi. Ready? Delete function is out. Amendment to worry. Don't say that. Ganz wichtig, Regie. Ich brauch noch ungefähr... Also, ich weiß nicht, wie lang, aber das ist offensichtlich das Ende. Ich kann nur nicht speichern. Ich muss diesen Block zu Ende spielen. Ich werde mich beeilen. Ja, ent... Entbare deinen. Ent... Ja, zeig ihn. Tzitzi! Könnt ihr bitte die Sprinkler hier im Studio anmachen? Dass wir den Regen haben. Ich hab auch so'n weißes Hemd dabei und dann mach schnell der Ventilator und dann... Machen wir gleich, ne? Regie. Okay. Oh, oh nein, Memory! Nein, 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 nein. Eins, zwei, fünf, drei, eins, zwei, fünf, vier, zwei. Ach, leck mich doch am Arsch, das schreibe ich schön mit. Kannst mich mal schön am Arsch lecken, du Spiel, ey. So, schrei mal alles schön mit. Da wird ja gar keine socke Hunde, wird hier mit Nachdenken verplempert. Also, drei. Ups, das war die drei, das ist die vier, das ist die zwei, das ist die sechs. Das war die sechs, ne? Ja. Das ist die eins. Dann kommen die sieben, das ist die sieben, ne? Und dann kommen die fünf, das sind alle, okay. So, jetzt kommen wir den ersten. Wo war noch mal die eins? Da? Ne? Wo war die eins? Sieben, eins, so. Zwei. Äh, das, das, wo sind wir hier? Eins ist da, fünf, das, und jetzt kommt's. Aber vorher will ich noch einmal den Song hören, weil der so gut ist. Ach, das sind die Lyrics, ne? Ähm. Home war ganz hinten, glaube ich. He, 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 he. Irgendwas mit Zero war ganz am Anfang. So? Na, gucken wir mal. Ne, okay. Game, Loop. Home. 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 Oh, nee, so war das nicht gedacht. Okay, wir gucken noch mal, aber die Null ist am Anfang. Ich glaube so. Mal gucken wir noch mal, nee, das war richtig, das war glaube ich richtig, vielleicht war das auch so? Okay, ich muss gleich noch mal hinhören, aber das ist ja schwierig da. Singe doch noch mal bitte, so sing doch für mich. So, sing! Color, okay. Print, Trace, was ist das denn? Okay. Okay, so, so, so. Übrigens richtig geil, Leute. Gigi, Gigi, bist du okay? Ja, das ist besser. Dankeschön. Was jetzt, Game? Was werden wir tun? Ich denke, wir müssen durch diesen interdimensionalen Portal. Wir können nicht hier bleiben. Wo wird es uns gehen? Zu Hause, ich hoffe. Wir werden noch zusammen sein, nachher? Ich weiß nicht. Nein. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden. Auf drei. Auf drei. Ein, zwei, drei. Das müsste jetzt... Der Anfang wieder sein. Ja, endlich. Gigi, Gigi, bist du hier? Nein. 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 Nicht wieder. Okay. Ich glaube, ich muss nur aus dem Anfang beginnen. Ja, das ist jetzt das Ende dieser Zock-Session, aber das Anfang des Spiels. Jetzt kann ich an der Stelle auch wieder weiterspielen. Man kann nämlich zwischendurch nicht speichern. Man muss immer die einzelnen Kapitel... Hallo, User. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there is no game. Das ist mir zu traurig. Also, wir gehen zurück zum Hauptmenü und verlassen dieses Spiel an dieser Stelle. Ich werde es auch noch ein weiteres Mal spielen, dann werde ich es beenden. Und wenn ihr jetzt zu den Leuten gehört, die die ganze Zeit gemackert haben oder gebackseatgamed haben im Chat, dann weiß ich auch nicht, dann kauft's euch doch und spielt's superschnell durch und macht davon ein Video und stellt's auf YouTube und dann macht ihr wenigstens mal was Kreatives, anstatt immer nur zu sagen, dass ihr alle Sachen auch könnt. Dann macht sie doch mal. Wir sehen uns dann in der Top 1000 der YouTube-Videos zum Thema There is no game. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag hier heute mit dem restlichen Programm. Wir sehen uns. Bis dann. 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 Vielen Dank.